so aufnahme läuft noch mal ja bei dir auch ja okay dann fange ich jetzt schon an ja ja bitte so durch einen durch einen kleinen break sind wir doch wieder hier gestandet wie gesagt ihr müsst leider jetzt ein bisschen da nachsicht haben aber wir versuchen da immer hin zu gehen wo es uns halt mit dem freeze erwischt hat ja durchaus ja so dass wir da das ja halt nahtlos schauen könnt für uns ist das ein bisschen lästig natürlich weil man mit dem kampf ist oder sowas und denn diese fischer natürlich nicht mehr da sind das blöd durchaus ja jetzt ist es wundert mich auch war am anfang lief das spiel ziemlich rund und nach den updates auf einmal nicht mehr so vielleicht die evil west flashbacks ja stimmt aber auch mit dem bachs her ja ja aber den treibsand oh guck mal wer kommt ach mensch günthi was machst du denn hier ja was ist denn los hier ich weiß gar nicht wo ich als assist hinschauen soll ich habe mich jetzt erwischt Das kann ich nicht mehr weg. Oh, danke schön. Ja, ja. Boah. Wow. Er springt immer weg, wenn der Hammer kommt. Das ist doch frech. Ja. Oh, lol. Äh, dies kommt aber schon gleich. Mach mal nicht diesen Lunge. Ja. Er ist doch da an der Klippe unten, oder? Nee, doch nicht mehr. Doch, der hast du unten. Ja? Guck mal oben. Ich bin immer gucken, was dir... Ach so. Ah, ja, ja. Ich... Ingenie! Oh, nein... Wir sind nicht mehr. Wir sind nicht mehr. Wir sind nicht mehr, oder? Na komm, wo ist er? Also den dicken hab ich Nice, okay Der Taucher ist ja noch Ja, ich hab auch noch den Taucher Das ist der andere Okay, den hab ich auch den Taucher Ja, hab ich ja auch gleich Okay Okay Nice Ja, that was what Was ist das denn hier, was er liegt? Das ist ein Schädel, was hier liegt Was ist das, das leuchtet Immer mal wieder Also Die Sache I don't know what it is Keine Ahnung Anheben kann ich es auch nicht oder so Nee, okay Ist dann vielleicht, ja Ja Ui Boah Ich spüre den Wächter des Wachtturms in der Nähe Bereite dich vor Na gut Na, da bin ich ja mal gespannt Ja, das wird bestimmt eklig Bestimmt Also es teilt sehr viel Schaden aus Das teilt sehr viel Schaden aus Ja Also Vorsicht Ich bin tot Ja Vielleicht sollten wir da auch mit unseren Willbelstürmen so ein bisschen arbeiten und dann immer mal Schlagen und dann wieder einfach weg und dann Ja Aber das kann ich nicht Nullspiel halt Wie der andere vor der Uhr da Das kann ich nicht Ja, musst du lernen Ach, hier geht's auch wieder voll komplett los Mhm Naja, diese Kugel Boah, die hat aber auch ein Reich Was Ja Holy shit Da muss ja fast ein Jahr in der Ende Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Was Au, au, alter Finne. Ja, das hat... ...baut nicht gut... ...alder! Geil ich da jetzt auch mal? Oh! Oh ja. Boah, hey, hey, hey. Okay. Oh, der Laser ist aber auch... Ui. Holy shit. Ja, da ist alles ein bisschen hui. Ja. Okay, mach wieder den blauen Kram hier. Das ist eine Reichweite, ey, krass. Ja. Bisschen zu viel schon fast. Ja. Kommt, ist ja fertig. Hm. Ja. Kommt, ist ja fertig. Ja. 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 Sehr gut. Oh. Ja, genau. Das habe ich gesehen. Das war eben noch zu. Hm, okay. Aber, ja, der ging aber. Ja, wenn man dann halt weiß, dass man vor dieser Bubble da abhauen muss. Ja. Wie auf Twitter. Dann ist das ganz klar. Ja, auf Twitter sind so einige Bubbles, vor denen man abhauen muss. Ja. So, was haben wir denn hier? Ah, ne, da geht Leben von weg. Ja. Cool. Belebe deinen gefallenen Kameraden, wie das steht dran. Toll. Das Spiel hat absolut keine Bugs. Ja, aber ich lasse das jetzt da stehen. Also, ich will jetzt nicht nochmal das Spiel neu starten. Das, sorry, aber da müsst ihr jetzt mal. Da müsst ihr jetzt mal. Wo war denn das, was halt dicht war? Wo dieser Schutzschild hat war. Das war ja irgendein Baum, aber... Hm, ja, da war ich auch. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Dann guck doch mal die Aufnahme zurück. Ja, natürlich mach ich das. Jetzt sofort. Hm. Ja, keine Ahnung. Wo das gewesen ist. Das war ja ein bisschen abseits, also man muss das ja irgendwo hier sehen. Ja. Ich überlege halt, ob das hier irgendwo bei den Felsen war. Ah, oh, hier. Hier, wo ich bin. Ah, hast du? Okay. Da sind zwei Kisten drin oder so, ne? Genau, ja. Ja, dann auf. Okay. Hm. Nee. Nee. Durchnehme ich mich nicht. Oh, oh. Äh, Händler ist hier. Der Reisende. Ich verkaufe alles, was ich hier... Oh. Das hört sich hervorragend. Ich würde keine Zeit zu reden. Ich will Handel. Vielleicht hat etwas Spielzeug aus der Händen, wo das, das Zeitding ist oder wo man rüber kann, ne? Ja. Ähm, diese unsichtbaren Treppen, da da ist eine Statue sehe ich gerade. Oh. Das werde ich mir gleich genehmigen. Weil wir brauchen noch den ein oder anderen Punkt. Ja. Durchaus. Den kennen wir uns doch gut mal, äh... Obwohl wir schon... Äh? What? Ähm... Wie viel... Essenz hast du? Ich habe... 18.500. Waren wir nicht erst bei Null? Ja, ich war auch eben bei... Ähm, ich glaube bei 2.000 nur noch oder sowas. Vor dem... Das... Hat... Na. Nun... Können wir ja fast gleich aufrüsten hier, also... Ich mach schnell fix den Turm und dann... Sind wir ja los hier? Ich hab hier gerade gar keine Lust dran... Schnell. Oh, ein Schweifbrenner. Alter, was hat der für ein Schweine? Ähm. Ach so. Wo ist der denn jetzt wieder? Ja, hier stehen zwei Statuen. Ach, da bist du. Ey, da meinte ich eigentlich gar nicht sogar. Ach so. Oh. Aber, ja, wenn du die kaputt machen kannst. Ich denke schon. Dann mach mal. Dann geh ich mal zu dem anderen hin, wenn man da rüberkommt jetzt. Aber sollte eigentlich ein gewaltes Mögliche sein. Ähm. Oh nein, möchte er? Fuck, ja, bei mir. Oh nein, das sehe ich sogar. Okay, dann... Was? Schlecht. Ja, ich bin unterwegs. Ja. So, halt er ein. Oh, jetzt kann das auch noch mal raus. Krass. Und um. Ja. 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 Oh hey Ach da. Ach, jetzt ist der andere Spinner da. So, den hab ich gar nicht gesehen. Ja. Den hab ich jetzt ja nicht. Hallo, warte mal auf damit. Also, der ist, find ich frech. Nice. Der ist der nächste. Doh. Scheiße. Okay, ist das gut? Danke. Hm. Hm. Gute sein, ne, oder? Ich muss. Woah. Nice! Boah! Geil, oh! Puh! Du benötigst mehr Schutz! Wir sollten deine Rüstung... Okay, ich würde sagen, hier erscheint ein Momentum, okay. Hm, aber das habe ich doch schon. Oh, nee, das ist was anderes nochmal. Ja, ja. Hm, okay. Interesse-ahnte! Wo sind wir hier eigentlich? Warte mal, ach, da drüben sind die Stahlspunk. Ja, da sind noch welche. Ach, hier ist auch noch einiges. Das ist... Große Schlacht gewesen. Ja, gab ein bisschen was, ne? Oh, ja, minimal. Hätte auch mehr sein können. Hättest auch alleine geschafft, Mensch. No. Easy. Klar. Dann hätte ich den Monitor was angemacht, oder was? Na toll. Schweifbrenner. Schweifbrenner bei mir. Ach, was. Stufe 8. Mit Fliegeviechern. Oh, Shit. Und Laser. Und... Mit allem. Dürfte ich bitte die Statuen endlich machen? Kriegst du hin, oder sagst du... Ja, ich weiß noch nicht so ganz genau. Gut, ich lass dich noch ein bisschen... Ne? Ich lass dich noch ein bisschen. Ach, der macht doch diese Kuppel, macht der auch. Alles klar. Ja... Hm. 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 Ja, krieg ich vielleicht hin. Okay. Sollte ich eigentlich. So, das wollen die zwei Stahl tun. Ach, da drüben, ja, ich sehe das sogar von hier oben, eieiei. Eieiei. Ja, der hat nur noch eine Schwachstelle hinten am Schwanz. Hm, natürlich. Okay. Das war's für heute. Perfekt, wunderbar. Gut, dann können wir ja... Die Dinger sind gar nicht schlecht, ne? Die du hast da... Ja, durchaus. Sie aktivieren sich tatsächlich aber nur durch das... Durch die Ulti, sag ich jetzt mal. Also durch das gelbe Rang rein. Aber die hauen halt nicht rein. Das ist... Ich dachte, er ist ja am Anfang so, äh... Naja... Aber... Nee. Wow. Du bist da... Ca... Du musst es nehmen... Mann... noch eins offensichtlich fühlt uns wieder an den boden ja wieder zurück ich würde lachen ich dachte ja schon färbemittel gut wir können aber zum anboss aufrüsten auf steam freigestalt übrigens nur mal sagen 5,5 prozent der spieler haben das weil sich zerstöre alle wachtürme im spiel so nämlich und nicht anders da gibt es auch gleich mal eine schatzburg sehr schön das land war nicht immer so telos verlangte essenz sobald sie geerntet war sumpf ruinen ok zu sterben der preis für seine ewige macht verwüstung du bist ja von einem großen tor kannst du das aufmachen oder was weiß ich noch nicht ich bin hier auf meinem ampos und rüste und rüste und rüstung komplett auf sie ist nun komplett sehr schön mein endkundestand von essenz sind 13.333 aber ich würde trotzdem dass wir nebenbei noch die anderen rüstungen aufrüsten ja weil perkpunkte halt so irgendwas rotes aufgemacht ja weiß ich hab was rotes aufgemacht ja ja so da gucken wir mal was hier noch ja ich habe jetzt auch noch mal zwei rüstungen aufgewertet dass ich zumindest die perks auch kriege ja also ich denke mal bis wir hier durch sind und alles haben ja alles aufgerüstet ja ich denke auch bei zwei perks noch einmal der aufrüstung ja dann bin ich damit auch durch das ist das finde ich ganz cool dass du wirklich guckst dass du das war alles aufwerten kann ja trotzdem das spiel richtig so schön verfolgen kannst ja also hauptquest ja das wollte ich eigentlich noch nicht da drüben hin ja haben die nachschauen ich weiß ja noch gar nicht nur nee also ja ja ich glaube auch nicht weil ich weiß gar nicht wie ich da oben was man sonst sind ja auch noch ganz gut oder weiß ja gut wenn es schon passiert ich verstehe irgendwo war da und noch ein artefakt ja das ist das habe ich genommen ach so ok cool ja gehst du rüber oder was ich versuch mal ja ich guck mal zu sehen wo der nächste hinkommt oder so was er sich von hier aus dann wenn der wieder zurückkommt natürlich heißt das nicht davon aus ja ich habe mir jetzt schon beinahe gedacht dass es auf den nächsten geht fast fertig was hast du gesagt du hast deine chance schaust du ja ja stell dich nicht so an was erwartest du denn ich will einfach nicht dass du fällst ja den krieg ich auch ok ja das ist also wie komplett wieder zurück mehr ums einmal rum hier sehr gut ach das macht das siegel ein bisschen ach so das können wir aufmachen über die aber noch nicht machen also das leuchtet blau wenn ich so in der nähe bin ich kann meine kamera davon nicht mehr abwenden ja gut dahinter müssen wir ja dann lang weil da geht es dann zur hauptquest die göttliche schlacht heißt es da kommen wir machen das mal auf wenn es geht dann bitte wir können die quelle erreichen aber vorsicht ich weiß nicht was dort auf uns wartet das wissen wir auch nicht herausfinden aber es kann ja kein ambos mehr sein glaubst du dass die menschen aus dem sumpf ursprünglich hier gelebt haben einige mit sicherheit hier lebten gelehrte des bodens und der pflanzen ich wurde um große macht gebeten ich war das gotteswesen der freiheit so gab ich ihnen die essenzsteine doch sie konnten nicht nur ja oh gut nun wenn du auf komplett schaden gehst sag ich jetzt mal komplett rot hier ist wieder was auf zeit krieg ich da bin ich gleich noch näher ja cool sie erlauben bitte ok den kriegen wir auch ich freu ihn zu schwer und jetzt so auch naja zwei nebeneinander ja guck mal schöne sache das ja so kann man das so kann man sich ergehen lassen hier durchaus ja wo ist er denn wo hat er denn wo macht er denn totenstätte oder sowas ach so ja hier war die statue deswegen ja ach so ich habe also die toten gestört ich habe also die toten gestört das ist ok meinste waren bestimmt auch einige gestörte toten dabei gut klar das will ich jetzt nicht also ne klar ne möchtest du nicht ich verstehe das ja ne man muss ja auch mal grenzen setzen ist ja klar man muss ja auch grenzen muss man setzen genau ja äffst du mich gerade nach oder was ist dein scheiß problem jetzt gerade wieso äffst du mich gerade nach oder was ist dein scheiß problem jetzt gerade ach du ach du drei viertel zehn wittel vor elf wursse damit krieg ich ja 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 ach so da wäre ich wieder oh da ist aber was drauf da will ich hin so eine quelle in den ruinen das ist eine hauptquest kann ich aber auch nicht machen wieso? ja weil das alles hauptquests sind ach so deswegen gehe ich mal davon aus dass wir da zusammen das machen müssen okay so was wollen wir denn als nächstes machen jetzt? äh haben wir da schon da ähm die ganzen artefakte geholt? mhm wie meinen? also altare haben wir noch zwei stück fehlen hier ich weiß noch nicht was da ja ich ähm ich ähm ich meine dass ihr hinter hinter der tue jetzt war ja das ist ein recht kleines gebiet jetzt gewesen ne? ja aber da geht es dann Richtung hauptquest hauptquest also nach ähm eine quelle im sumpf das wird dann dieses dieses schlacht da sein dieser Endpostkampf okay ja aber es geht halt im ja ich geh davon aus weil das heißt göttliche Schlacht oh das würde mich wundern wenn nicht da war noch was vergraben hier hmm köttbullar oder was? köttbullar oh das hat ich lange nicht fällt mir jetzt gerade mal so ein das ist auch nicht schlimm doch das ist voll schlimm köttbullar habe ich einmal bei Ikea gegessen und? nie wieder so schlimm? ja die waren also die waren sehr mehlig und knorpelig ehhh ja ich hab noch keine richtig wirklich äh gut zubereiteten köttbullar gegessen dann mach sie doch selber ja ich glaube ich muss das mal machen hey köttbullar ist wirklich lecker wenn man es halt selber macht ne? na klar oh das sieht von hier aber auch schön aus hier ok ich nicke einfach mal das ist gut so ja sag an wo was wollen wir machen? ja ich würde sagen richtung äh Osten ironischerweise äh die Quelle in den Ruinen würde ich machen ja weil das noch unterhalb ist ein bisschen jetzt wieder was zum laufen na klar da 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 oh ähm warst du schon ne auf dem Gipfel da hinten ne und hast diesen Dings entdeckt wie nennt man das denn noch? da wo man die ganzen Truhen und sowas alles sehen kann aber map äh äh nein glaube ich nicht nicht weiß ich grad nicht kann ich grad nicht gucken weil ich muss ja so ne rennquest machen achso ja seh ich grade alles klar ich bin grad ein bisschen ein schlechtes time was wo i oh achso er gut Boah, es ist aber auch gut, wenn du dich da spezialisierst. Ja, das was wir gerade gefunden haben, den Sandstein. Achso. Wenn du nur auf Trick gehst zum Beispiel, haben deine Skills keine Abklingzeit. Bedeutet, du kannst Dauerfeuer machen. Aber, puh. Ah, ja. Es ist sehr gut, dass du gerade das machst. Achso, das meinst du? Ja. Nee, da denke ich noch nicht. Oh. Oh. Okay, pass auf. Du bleibst, willst du hier stehen bleiben und mich losen oder wollen wir mal andersrum machen? Mh, machen wir andersrum, oder? Ja, mir ist egal. Ich sag dir wo. Ja. Also, die hier unten sehe ich ja noch. Ja, genau. Müsste auch ganz unten sein, glaube ich, oder? Das ist die da oben drauf. Ach nee, siehst du, ist hier oben drauf. Gut. Genau geradeaus vor dir müsste noch was sein. Ja, die sehe ich. Die sind sehr viele Skelette, das sieht nicht gut aus. Mhm. Hab ich's mir noch gedacht. Äh, kann ein bisschen dauern. Brauchst du nicht? Okay. Neeens. Ja, das ist gut. Alles sollte machbar sein. Ja, okay. Was schreitest du denn mich an? Ach se nur noch 2 Taucher... Ach so, ja, das war klar. Ich fahre einfach ein bisschen, es ist ja ein Staub, das ist unmöglich. Leute, was fiel denn da runter? Das sind die Dinger, die am Roller geschossen kommen, die man dann am Ende aufmachen, für solche großen Erleggen. Ach so. Wirklich? Da wär ich ja nie draufgekommen. Ah, der Handschuh grad so mal, wir müssen raus aus dem Dreisack, da macht uns lahm, sag mal. Und er so, wirklich, wär ich nicht draufgekommen. Ja, ist aber auch wirklich so. So, die nächste Droh hab ich. Oh, nice. Ja. Ähm, wenn du weiter geradeaus gehst, zu den zwei Türmen, da ist auch ne Kiste, aber da ist halt auch einer, der ein Tutschelt hat. Ach so. Der wieder bei der Sonnenuhr fast. Oh, shit. Also, ob du da erst noch hin willst. Da geh ich definitiv nicht hin. Ne, okay. Also, nicht alleine. Dann an der Mauerfelswand genau, da wo du bist, entlang. Links oder rechts? Äh, ich weiß ja nicht, wie du gerade stehst. Also, ich stehe mit dem Gesicht Richtung Osten. Links. Nein, rechts. Äh, also Richtung Süden. Ja. Ja. Richtung Süden, genau. Ja. Da muss noch irgendwo was sein, bin ich jetzt gerade in der Nähe? Ja. Ne, du bist nicht in der Nähe. Weiter nach rechts? Aber... Ne, nicht weiter nach rechts. Ähm, müsste auch gleich auf dich zukommen eigentlich. Ne, ne, geh doch mal weiter, nicht zurück. Weiter lang an der Mauer. Also, ich bin jetzt Richtung komplett gegen die Mauer drauf. Ne, da musst du nicht hin. Äh, das ist unten. Unten? Ja. Unten an der Mauer entlang. Hier ist keine Mauer. Da ist ja das Problem. Ja, das ist diese Felswand da, die ich meine. Ach so. Ja, aber ich stehe ja davor. Ja, erst mal da weiter entlang. Nicht da hoch. Ach so, Richtung rechts. Ja. Sag das doch. Hab ich gesagt, die ganze Zeit. Echt? Ja. Ich hab dich gekonnt ignoriert. So, jetzt unten im, äh, im Sand unten. Äh, ja, hier ist was vergraben. Mal gucken, vielleicht ist das damit gemeint. Das sieht gut aus. Ja. Ja. Ah, ja. Ja, ja. Ist offen. Okay, super. Jetzt, ähm, musst du wieder auf den Weg zu mir, da wo du den Gegner da unten siehst, wahrscheinlich von deiner Position aus, da ist auch nur noch eine Kiste. Ah, ja, diese, dieses Krabbel zerstreuen. Ist das? Oder zur Steuer. Genau, wirklich. Da ist auch noch eine Kiste. Den muss ich jetzt knacken. Ja, ich seh's schon. Den musst du knacken. Knacken, wie eine frische große Kohle. Ja. 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 Sil alles hallo. Lalalala Wenn ich dann nicht immer wieder abhauen würde, die dumme Sau Ja Also ich sag mal so Voll aufgerüstete Rüstung Hm So sieht es aus Legst du sehr schnell So hier mal die Drohne Die Dinger auf der Map die ausgegraut sind Die sind schon gemacht worden wahrscheinlich Ja Okay Dann nochmal Drei weitere Drohnen Ja Vier weitere Drohnen Ja Wir sind aber alle hinter uns Da wo es ähm Dieser Rundkreis Wo du den Rundkreis laufen musst Ah ja verstehe Hm Wollen wir die auch noch holen? Oder Ja oder Ja gut Können wir auch machen Dann muss ich aber erstmal Scheiße Wo ich das Ding hier machen Ach so Ach da musst du ja so Stimmt Ja mir ist egal Nö also ich hab ja den ersten Tag gemacht Du machst jetzt den zweiten Tag Okay Ich seh da hinten auf jeden Fall schon mal ne Kiste Da geh ich schon mal hin Ah ja Ah ja Vergesst dich So Ich ignoriere euch einfach mal gekonnt Ja gut Ah also Mauer hast du ja diesen Turm diesen riesigen da wo die Kräne drauf sind Da oben drauf Ja Ja I'm on my way Ein weiter eben auch schon drauf Habt ihr keinen gesehen? Weiß ich nicht Weiß ich nicht Anscheinend Warte mal Können die ja vielleicht auch Hier oben? Äh Ja Hm Also da ist ein Drohensymbol Oder ist es weiter hinten? Nee das müsste Ja Oder zeigt das weiterhin? Also hier sehe ich keine Kiste oben drauf Okay Weil es Zeigt nämlich gerade so in der Höhe an Es könnte auch vielleicht dahinter sein Ja Es hat mich auch verwirrt als ich von oben das Kiste angeschaut hatte Das sieht ein bisschen merkwürdig aus Gut Dann machen wir die nächste Warte mal Kann ich das markieren? So vielleicht in der Richtung Also Siehst du die Markierung die ich hier gesetzt habe? Äh Oh ja tatsächlich Ja lauf da mal hin Alles klar Und das ist ja einfach dann Machen wir es mal so rum vielleicht Ja Ich wollte gerade mal testen Ob es funktioniert Am Ende des Spiels lernen wir das Spiel kennen Ja Wir spielen es halt rückwärts Ja Scheiße Also wenn ich das so sehen müsste Ist da entweder auf den Turm Oder Um den Turm Unterhalb des Turms Irgendwo da Naja Alles sieht halt ein bisschen merkwürdig aus Ja Alles sieht halt ein bisschen merkwürdig aus Ich bleibe erstmal so ein bisschen oberhalb hier Ja Aber hier muss ich eh Na ja gut Ja Jetzt genau auf dieser Höhe die du gerade bist Also ist es doch vielleicht eher unterhalb unter dem Turm vielleicht Mir zeigt das an dass das höher ist Was Oh warte mal du rennst zwei gerade Oh ja echt Ja Dann ist es doch falsch Du Turm dann ist es hier tatsächlich Ich dachte das sah von Von hier aus Sah das so aus Aber dann da halt Aber nicht oben drauf sondern unten wo du jetzt grad bist auf dieser Höhe Okay Hm Ist da irgendwas Also auf dem Ja hier ist Ah hier ist sie Jo Okay Krass das sah Weiter weg aus Ja ist toll ist ganz schön ne Das ist ja Herzen allerliebst So warte mal Kamera ausrichten So Dann müsste es Muss ich gucken Ist das oberhalb oder unterhalb Ne Das ist auf dem Plateau müsste das Also hier Müsste es sein Muss das wieder irgendwie da hoch kommen Ja Gut klar So Oben also weiter Ja auf der Also du kommst gleich an so ein Plateau sag ich jetzt mal Ja warte hier ist doch so ne Ich würde doch das Relikt gerne mitnehmen hier Ja mh So Hier ist da oben Ist das da oben das Plateau? Krass Oder sieht das nur so aus? Ach ne Ist halt echt verwirrend Weil das Symbol irgendwo Weit über dir fliegt Weit über mir? Ja Ne also das ist dein Nein nein dein Symbol Für ein Spielersymbol Achso Das sieht halt so merkwürdig aus Und hier ist noch in der Entfernung Ne du bist schon so richtig Also hier oben Ich bin jetzt auf diesem Auf diesem Burgvorsprung Hier ist nichts Ja da habe ich auch nicht markiert Das ist Das ist Achso 111 Meter weiter unten dann Ja Ah ok Hier irgendwo Ja genau Auf diesem Plateau Also vielleicht da in dieser Spalte da Weil ich wirklich da markiert habe Ja ich sehe sie schon Ok Ist das genau da platziert worden? Oh die ist ähm Eingesperrt Ich habe es gehört gerade Aber prügel dich mal durch Du wirst merken Holy Shit Du machst Schaden Und wie Ja ich sehe das so ganz weit entfernt Da drüben Pass auf deine Energie auf Pass auf deine Energie auf Naja Oh der macht echt viel Wumms hier Der hat überall diese blauen Quellen auf dem Boden So einer ist das also Verstehe Und wie geht es Was für dich Ganz genau Und wie schlossen da brauche ich vielleicht ein bisschen das ist echt heftig ja weil er noch so ein boden geht uns das was eine schockwelle wirft ja ich sterbe gleich brauche hilfe ja ich komme vorbei der anderen habe ich so ein bisschen markiert gerade für mich so ein bisschen zur umgebung ja ich bin da weiter so aussehen konnte kommen wir da noch durch die durch die vorklagerung weiß ich habe nicht genau ich glaube aber nicht ich glaube trotzdem mal okay er ist gerade despawned aber er kommt dann mal wieder wenn ich zur kiste gehe gleich da halten sie noch ein wenig aus ja doch hier kommt man nur hoch wo du grad bist über die turme sonst ist ja schwierig holy shit ja ich bin tot ist gelogen das gelogen nice okay das Ja, aber fix. Ja. So. So. Ehh. Hm, ne. Ja, also Heilung braucht man schon, sonst ist man ja komplett aufgeschmissen. Ja, schon. So. Und die letzte Drohe. Mein Lieber. Machen wir wohl im nächsten Part. Alles klar. Dann macht das gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Und, äh, ja, bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.